Heute. Gerückt. Also heute glaube ich nicht mehr, dass man das macht, nee. Immer fliegen wir so. Wirklich, immer. Entweder gehen wir dann in Mongolei oder hier hin. Da könnte ich wirklich ausrasten. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß, Raff? Wo willst du denn hin, Mongo oder das, was du markiert hast? Das zweite, verdammte Scheiße, ist jetzt schon nicht markiert. Warum schreist du mich jetzt an? Ich schrei das Spiel an. Lass mich doch in Ruhe das Spiel anschreien. Die stecken mich halt an, kann nicht das für. Immer bist du aggressiv. Ich wieder ausrasten. Schell doch mal deinen Nippel. Schnell erstmal den Keks. Da hat schon einer gezogen. Boah, da könnte ich ausrasten. Oh, hinter uns in der Stadt geht einiges runter. Daher hier, hier, zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ech, wo haben die denn vor? Das kann sein, das ist natürlich ein. Also mindestens zehn sind da, ich glaube, ich bin da. Oh, ein Team will jetzt aber eventuell zu uns rüberkommen. Die gehen aber wahrscheinlich in das Dorf dann da vorne. Da da direkt an der Küste, weiß wo, da am Fluss, weiß, was meine. und der Uzi weiß auch was du meinst ich behalte die Uzi jetzt mal hast du dich letztens eine Kill mit der Uzi gemacht? ah, er legt nur ein P ich behalte die Uzi jetzt mal ich habe übrigens einen Fan 20 ich brauche kein Scope ich mach das Snowscope die Zone wieder es sei denn im 5.4 oder so 3 in die Hürden muss man sich einstellen 3er würd ich auch nehmen 6 oder 8er natürlich auch, aber lieber mit Kim und Connors Rundpunkt, ganz ehrlich jetzt Kubi U Verdammt die Scheiße schon wieder muss man Paprika, 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 Paprika und das ist vorbei es ist ausrosten ich glaube das war auf unserer Flussseite, oder? um aber das ist eine stadt ich hab nichts gehört sondern was für doch nicht das ist was macht es zu verlaufen oder die Typenaufgaben hier ist noch eine K, falls du eine K mitnehmen willst die Typen werden wir früher oder später sowieso treffen probieren dass wir den ersten Schritten also dass wir das den ersten Schuss haben was man erweitert schnell zu griffen mp zu sind aus ich muss sagen die Borda so sie laufen jetzt auch los vom Dorf es setzt rechts von diesem Wasser Gebilde dort direkt so zum Hügel so dass wir ihn gerade aktuell nicht sehen 13 bei ihm läuft durchs Wasser das ist der zweite auch wenn uns wahrscheinlich auch gesehen haben der eine die kommen auch hier voll auf mich zu also wobei der bewegt sich jetzt nicht sind jetzt zwischen uns die liegen da haben mich gesehen da ist sehr gut das war schön gespielt schön dass sie mich nicht gesehen haben schön das stimmt so push und sowas habe ich jetzt alles genommen das können wir gleich genau aufzeigen ansonsten Waffen Munition habe ich nicht aber ich kann bis zu sieben auf dem einen da war gut dass sie mich nicht gesehen haben dadurch konzisten lassen laufen wir haben sich auch für ihn gelegt hat ja der zweite doch voll spät ist reagiert hat dann dann das war schon nichts auf ihm ich leg dir hier mal das Magazin hin die Koffer das ist das 3 heißt er kann Prozent push hatten die nicht viel wie viel schaust ein Schmerz ein Schmerz mit die Kids ja ich hatte sechs Stücke, aber ich hab da jetzt drei abgelegt ich hab dir zwei Energy hingelegt so ein bisschen Fünfer-Munition und Scopes ach der eine Typ hatte Fünfer wenn du auch mal hinlaufen willst hinten läuft auch was auf 230 zum anderen Berg dann machen wir wieder Tausch also hier das das Dorf da auf der anderen Straßenseite rum auf dem Berg hier Richtung 210 und ja was machen wir wir können auch mit dem Fahrzeug einfach ne Scheiße vorbeifahren schnell ich versteh' dich genug äh links von uns, links, links, links in dem Haus oh hinter dem Haus wir close oder? jaja auf 70, 70 zwei Stück dürften das Gewinn sein wir müssen jetzt aufpassen, dass die sich von oben nicht einmischen, diese Säcke oh, der andere ist hier schon deutlich weiter links, seh' ich gerade den einen down links, links ist down, noch der bei dir ja, der ist hinter der Hütte hier ja, ich seh'n ja, es kommt wieder, ne, wieder links der wirft jetzt was zu dir, glaub' ich okay, dann jetzt looten und dann auf jeden Fall mit dem Auto wechseln okay, dann looten ja, wenn ihr die Bosse Munition, ne tut ja noch nicht so weh, die Zone so, ich hab dir hier unter den Balken weg, weggeholt hat der Fünfer bei dir, der Typ, ansonsten bringe ich die Fünfer mit ne, da hat er okay, gut hat wieder seine komplette Heilung genommen die haben wir auch gut geholt hier gerade ich dachte, ich hätt' da zwei direkt gesehen, da auf dem Augen das war nur einer und derselbe, den ich da zweimal dann halt gesehen hab' oder ich den Linken zufällig entdeckt hab' wenn wir uns da nämlich easy umlaufen, ne so, hier irgendwo hin? ja, alles gut geklappt ich bestätige nur, ich komme mit grad bleibt ja nicht viel anderes übrig, als mitgekommen, ne ja, ich könnte auch steigen ja, ich könnte auch von der Brücke runterspringen und dann nicht in Wasser nehmen das ist das letzte Selbstmode ever okay, wir steigen hier aus okay, wir steigen hier aus okay, wir steigen hier aus wir müssen uns ja hier nochmal ein bisschen bewegen sind alle scheiße kommt mir grad ganz gut aus, wenn wir uns nochmal bewegen müssen, das hat mir hier auch nicht so gut gefallen okay, da müssen wir an Quarry vorbei, ne mhm ja, was, was also ich weiß, du bestätigst lieber grad in der Runde aber was würdest du denn glauben, äh also eher Mitte hier hin oder glaubst du, dass es noch auf Quarry geht? äh was ist deine Intuition? dein erster Gedanke? ich jetzt einen Busch finde legst dich hin, dass du denn mach ich einen Busch-Drop alles klar einen Busch-Drop, auch schön aber ich find keinen schönen Busch wir müssen wieder an den scheiß Häusern hier vorbei, ne gibt's ja nicht das ist nicht karg während Büschen, ne ich glaub ich hab einen guten Busch gefunden ich glaub ich hab einen guten Busch gefunden echt? die sind beide weg ne? die sind beide weg ne? denn schon, denn schon ich glaub die Schüsse waren hier grad hinter uns ne? So, auf den Norden. Nicht die Schüsse, das waren Dauerfeuerwaffe, die ich gerade zu eben gehört hatte hinter uns. Da, beim Dorf, hast du gesehen? 15 Grad. Ah ja, hab gesehen. Oben auf 25, schlagen noch Schüsse ein. Ja, ich glaub da seh ich auch... Ja, auf 30, neben dem Schuppen. Ja, ja, den hab ich auch gesehen. Geh doch mal hinter den Schuppen und halt dich, dann kann ich mir dich holen. Ja, komm, noch ein paar Schritte nach links. Ja, komm, noch ein paar Schritte nach links. Na, nach hinten, keine Ahnung. Von mir aus links. Mir aus links. Da geht ja rechts rum, ne? Könnt' ich ausrasten. Ja. Sind wir noch bei dem Scheiß Schuppen? Ja. Grad hat er sich kurz links gezeigt. Macht der da! Ja, bei unseren Lieblingshäusern geht's auch ab. War auch nicht anders zu erwarten, ne? Auf Osten auch. Boah, überall einfach. Boah, über Scheißzone. Ja, ich bleibe alle. Ich lauf so lange gar nicht! Das sind zwei Stücke durch uns da hinten! Ich lauf schon! Ich lauf schon! Weiß jetzt auch, vielleicht lässt er noch kurz stehen bei deiner, aber macht der nicht. Ich lauf jetzt auch noch, du Skrappy. Boah, das ist mutig. U2, weißt du? Er wird geschossen links über uns in den Häusern. Echt, von mir? Ja, das mit dem Fahrzeug. Ja, das mit dem Fahrzeug. Das ist ein Tripp. Hinterm Haus ist noch einer. Ja, ich hab's gesehen. Dann wendet er da seelenruhig, der Typ, ne? Ist gar nicht gut hier. Ich lauf mal weiter, bitte. Ja. Ja. Ich lasse mal wieder. Ich war kurz angesichts des Arten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Gegner Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Richtung Ost bis Südwest, dass da gar nichts ist Die halten auch mal, die Bande flach gerade Ich hoffe, das Motorrad zieht die Blicke auf sich Alle Schüsse gerade gehen, kommen von der gleichen Richtung Fünf Gegner Da ist noch einer auf deiner Seite Ja, ich sehe, auf meiner Seite Ich gehe jetzt zu diesem Turm da Mhm, ich sehe Das sind zwei Stück beim Turm Zwei Stück, ja, ich habe gesehen Rech die zwei und dann nochmal Okay, der Einzelne ist weg Die zwei wird, ach, die sind in der Mitte Ja, ich habe gesehen Ich könnte einen Headshot geben, vielleicht wenn er stehen bleibt Wo ist der? Wir sind hier vorne bei den Steinen Das kam von... Ja, die sind oben auf 240 240 oben Hinter dem Stein am Hügelrand da Heiß sehen Sind da beide oder ist da nur einer? Ich habe nur den einen gesehen Die Granate müsste ein bisschen weiter von vorne gekommen sein, oder? Ich halte mich nochmal Der dürfte den Hit kassiert haben Der dürfte den Hit kassiert haben Ja, der kann Headshot Gutes, die müssen zu uns Schlecht ist, dass wir jetzt beide hinter dem gleichen Stein stehen Ich... ich gehe gleich Ja, ach, ich werde Der andere ist, der hättest du ihm gelaufen Die sind da beide links Die laufen gerade eher nach links So habe ich gerade das Gefühl Der eine ist da bei einem Baum Weiß nicht, was der andere macht Der ist jetzt nach links weg In welchem Baum? Am Zoo der... der jetzt durch die Zone eingenommen wird Quasi Ich denke, die laufen jetzt hier zu dem Stein da vor mir Falls das in der Zone ist, das weiß ich nicht Ja, ja, beim Stein vor mir Nate Das war knapp Da sind beide beim Stein Da sind beide beim Stein Ja, ich habe gesehen Der eine hat einen Hit Der ist hier bei mir ab vom Baum Ah, Mann Scheiße, ich habe leider keine Nade mehr Ich habe ihn gehittet ein paar Mal Er ist... liegt da gleich hinterm Stein... hinterm Baum Ich siehst, ob der den Halt oder sich Halt Der ist hinter ner Hecke, ich sehe den leider nicht Nice Jetzt hätte ich den erst gesehen Eieieieiei Schön Guck, jetzt habe ich 6 Kids, aber nur 73 Trefferpunkte Im Gegensatz zu eben Hehehe Ich habe schon 2 Kids Ah, das war... das war doch schön Das war doch schön Das war echt ne schöne Runde Das war echt ne schöne Runde Der ist ein Sieg Die Jennifer Herr Oh, 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 oh. Give me that shit. Oh, look at that. Look, oh my, oh, look at that shit.